... und das muss ihnen große Hoffnung geben, was passiert ist. Henriksen, zweites Tor im zweiten Spiel. Wahnsinn. Ich habe eher gedacht, Rooney macht das bei mir. Boom! Drin das Ding. Oh, als Heimspiel läuft hier ziemlich besser als auswärts. So. Vorsicht, Zlatan. Oh, Marshall ist da. Ja. Und Rooney, come on baby. Junge, habe ich ein Team. Aber ich durfte leider nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden, weil ich neu war. Erst wenn du eine Saison dabei bist, darfst du auf dem Transfermarkt aktiv werden. Rooney! Aber Dakiwa. Ne, Boruc Dakiwa sei schon. So, Nervosität ein bisschen abgelegt. Jetzt müsste es eigentlich besser laufen. Aber dieser Zlatan macht mich immer wieder nervös. Oh, da ist er wieder. Und Tor. Ne, daneben. Glück gab. Oh, du hast es richtig gemacht, aber noch nicht zu Ende. Oh, du hast es richtig gemacht, aber noch nicht zu Ende. Was er nur noch zu sein, dann? Ich meine, es ist schwer zu sagen, aber eine Sache ist sicher. Er braucht es, um es zu verabschieden, und er weiß es. Und er weiß es. Und er weiß es. Ach, schade. Boah, der geht da durch. Und wieder Zlatan. Wunderschön geblockt in letzter Sekunde. Ich muss den Zlatan von dem in den Griff kriegen. Wunderschön geblockt. Ach, schade. Bw.ps-superliga.de. Livestream hier. Wir spielen die NGK-Liga mal. Eine andere Liga außer unsere. Haben uns mal eingemeldet. Mal gucken. Erstspiel 1-1. Zweitspiel jetzt das Rückspiel direkt. Äh. Simba. Ja. Am führen noch. Boah, Baines. Come on. Und wieder Zlatan. Aber. Oh, Bajo. Oder irgendwas war dazwischen. Schön. Boah, Marshall. Schön. Und Rooney. Zuckabars. Zuckabars. Der ist zu langsam. Was ist los mit Wayne Rooney hier? Hier. Und jetzt auf. Oh, aufgepasst. Boah, 1-1. Shit. Schade. 1-1 wieder mal. 1-1 wieder mal. 1-1 wieder mal. Schade. 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 Oh, taus. Rooney. Und crossing play, aber verteidigt, geil. Wow, fast ein Tor. Zlatan, Stones, Marshall, gut, verteidigt, come on. Ach, Rooney. Na wann ist Rooney? Und Marshall, schön. 1-1 zur Halbzeit. Ist auch mehr Forms, unsere Liga ist da Leichthoff. Ok, weitergeht. Brüssel, weiter, mein Freund. Oh. Oh. Komischerweise lernst du hier ohne gelbe Karten zu spielen? Beziehungsweise ohne Vollsball, dafür gibt es hier Strafe, oder? Das ist schon krass. Oh, geklärt. Mann, Mason. Oh, oh. 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 Super Shones von King. Oh. 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 Zlatan. Oh. Oh. Davis. And my best player is Rooney in this team. And the other one, only some noobs. And crossing play, oh no. Okay. Oh. 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 Okay. Oh. Holy mobs. What? Oh. Oh, oh, oh. Und mein Goal! Never give up, fight and win! Here we go! Henriksen, Rooney... Rooney is maybe now on fire, no! korrekt mehr viel erfolgt oh oh and zlata no go come on wow brilliant pass but brilliant defense and tomorrow live stream against don franco per superliga shoot man shoot henriksen brilliant oh come on oh hudlestone moin moin cookie false city fight gucki wir spielen hier die ndk liga das wir sind mal ein bisschen fremd gegangen in der liga erstes spiel 1 1 2 spiel 2 1 und da wird ja eigentlich nur ein rückspiel gespielt und man kann spielen gegen wen man will hauptsache macht pro woche sechs spiele und wir führen jetzt hinspiel 1 1 aber schon nervös jetzt läuft's and there is some activity down on the touchline it seems there's got to be a change wow 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 brilliant defense baby golo marshall brilliant brilliant gehalten alter kann man jetzt nicht durch crossing playing gegen tour kriegen wir spielen als einzige von manual wie es aussieht die anderen alle mit pass und schlüssel und jetzt kommt nämlich cross wir haben die gefälschte flanke und gut geklärt